Und es geht weiter mit Let's Play Together und Jazzjack-Revel. Ah, wie geil! Es fängt an. Und beide sterben. Super. Es geht weiter mit Sinnlos im Kreisrennen. Ah, wir boppen uns gegenseitig weg. Nein, das Problem ist einfach, wir haben dieses Level eigentlich schon geschafft. Nur irgendwie, der Entwickler, lass mich an. Nein, wir haben das geschafft. Sind, ähm, das letzte Level, äh, ins Level sofort zurück teleportiert worden. Und wieder hier rein. Weil wir irgendwie genau da wieder gespawnt sind. Oh. Aber wieso das so ist, tja. Das ist nicht gut, nehme ich an. Oh nein, ich bin fett auf. Tja, das ist das, was ich an den Hinschienen hasse. Wenn es einfach zu kompliziert wird. Hier gibt es auch viel zu viele geheime Räume. Und es gibt viel zu vielen Schnickschnack. Was ist das hier? Ist das ein Penis? Das darf ich nicht da ein. Ist das ein grüner Penis? Chili. Oh. Egal. Das Essen ist irgendwie immer, äh, dem Szenario angepasst. Dumm-di-dum. Hey, ein weiterer. Ne, schon wieder der Exit. Hier, warte. Hier, warte. Vielleicht fährt das auch einfach in der falschen Weg. Von Weißen. Ja, aber wo sollten wir sonst hin? Übrigens noch ein Schlag und nicht die Flügel. Wow. Oh, hier müsstest du hinkommen. Oh. Komm mal wieder hier hoch. Hier links. Ja. Mach mal das hier oben Schrott. So. Ja. Cool. Oh, Geistergeister sterben. Ich glaube, wir dürfen gleich nochmal von vorne anfangen. Nein. Lassen wir uns. Trott mal kurz nix. Da, wir spawnen direkt drin und kommen wieder her. Okay, ich würde sagen, wir lassen einfach den dritten Boss aus. Oder? Ist besser. Ich werde in dieser Welt nicht nur anfangen, sie kotzen mich, ja. Also, Geistergeister, erzähl uns etwas über den dritten Boss, dann wissen wir im Scheiß. Ich weiß doch nicht mehr, ich weiß nur noch, dass er irgendwie eine Kette hat und scheiße ist. Wahrscheinlich ein Geist, oder? Nein. Naja, ich kann so oder so. Wir können hier einfach gleich stoppen und versuchen, vorzuspielen. Oder wir löschen einfach alles wieder und fangen nochmal ganz von vorne an und gehen nicht in diese Kack-Welt. Okay, ich würde sagen, das ist der letzte Versuch. Der letzte. So. Ich kann jetzt einfach mal ganz stumm gleich beim... Okay. Okay. Einfach gleich... Nein, links, fremd. Vielleicht klappt es. Nein. Okay. Wir sind in diesem Spiel. Fuck. Alter 4, oder? Nein. Na ja, warte. Mal spielen. Mal spielen. Mal spielen. Tut uns leid. Geht nicht anders. Uhhh. Welt 4. Nein, können wir noch nicht. AAAAAAAA. Was the f... AAAAAAAA. Man soll auf Leih stellen. Nein, das wäre scheißvoll. Bienen. BINEN. 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 das ist immer wieder geil wenn man Stumpf auf die Schildkröten Schildkröten zu rennt dass sie sich genau in dem Moment wo man ankommt einziehen so dass man einfach durchrennen kann nicht gibt es das mal zum ersten Mal, das ist echt auch Danke! Was?! Okay Ich glaube wir müssen das Spiel neu starten Ah wie geil das Spiel ist! Wie geil ist das denn? Toll, jetzt haben wir schon zwei Namen für die Videos Bugs und Bees Ja genau, stimmt Bugs und Bees Okay, wir machen jetzt erstmal Schluss und ich will dann wir spielen vor, oder? Äh ja, wer besser? Wir spielen bis zu dem Level vor und dann machen wir einfach weiter Okay, jetzt dann FOLKS! FOLKS! FOLKS!